Eine neue Folge Wett-Basiswissen aus der Sommerpause, heißt aber auch, das Transferfenster ist geöffnet. Und das ist Grund genug, dass wir uns auch mal diesem Thema widmen. Wir haben uns einmal die kuriosesten Transferpannen der Bundesliga-Geschichte angeschaut. Es ist der 31.01.2011, heißt Deadline Day und der junge, talentierte Erik-Maxim Tschupomoting soll vom HSV an den 1. FC Köln ausgeliehen werden. Eigentlich sind sich alle drei Parteien schon einig über die Laie. Das Problem nur, die Unterlagen, die müssen jetzt relativ schnell vom Hause Tschupomoting unterschrieben an den 1. FC Köln geschickt werden. Das Problem nur, das Faxgerät streikt an diesem 31. Januar bei Justin Tschupomoting, den Vater von Erik-Maxim. Und so kommt der unterschriebene Vertrag nicht rechtzeitig zum 1. FC Köln und kann auch erst nach 18 Uhr dann an die DFL weitergeleitet werden. So eine Viertelstunde zu spät gehen die Unterlagen ein. Das Ende vom Lied, Erik-Maxim Tschupomoting bleibt beim HSV, geht nicht zum 1. FC Köln. Und jetzt, 13 Jahre später, immerhin eine ganz ordentliche Karriere hingelegt mit zwei französischen Meisterschaften, drei deutschen Meisterschaften und aktuell ja noch beim FC Bayern unter Vertrag. Also alles doch nicht so schlecht gelaufen für Erik-Maxim Tschupomoting. 2013 verpflichtet Jörg Schmadtke für 1,3 Millionen Euro das Mittelfeld-Talent Franca von Mirasol aus Brasilien. 1,90 Meter soll er groß sein und Hannover 96 im Mittelfeld unterstützen. Das Problem nur, bei der Vorstellung ist er dann etwas kleiner als der 1,89 Meter große Trainer Mirko Slomka. Franca hat wohl ein bisschen geschummelt bei seinen Größenangaben. Tatsächlich ist er am Ende 1,82 Meter groß und bei Hannover 96, da bringt er auch nicht die gewünschte Leistung, wird dann etwas später wieder verkauft. Spielt heute übrigens immer noch in Brasilien, ist mittlerweile 33 Jahre alt. Bei Hannover 96 nur wegen seiner Körpergröße in Erinnerung geblieben. Didi. Nein, nicht Didi Hamann, sondern der Brasilianer Didi. Der ist 1999 die große Sturmhoffnung des VfB Stuttgart. Schlappe 3,5 Millionen Mark lassen sich die Schwaben in Kosten herkommen von den Korinthian Sao Paulo. Das Problem nur, er muss damals nach zwei Kurzeinsätzen direkt verletzt am Knie operiert werden. Und die Ärzte, die staunen dann ziemlich über sein rechtes Knie, denn da fehlt das Kreuzband, das ist beim Medizincheck den gründlichen Schwaben wohl durchgerutscht. Tja, Didi wird dann auch nicht besonders erfolgreich in Diensten des VfB Stuttgart, wird kurze Zeit später dann in die Schweiz verkauft und spielt übrigens noch zwölf Jahre lang weiter Fußball ohne rechtes Kreuzband. Fragt mich nicht, wie das funktioniert hat, aber am Ende auch noch in Schweiz, Mexiko und Brasilien, dann bei verschiedenen Vereinen unter Vertrag. Die Geschichte kennen wohl alle Bundesliga, aber vor allem alle HSV-Fans. Stichworte, Raphael van der Vaart, Sohn hochgehoben, verletzt, Trikot FC Valencia. Aber der Reihe nach. 2007 will der Niederländer unbedingt vom HSV zum FC Valencia wechseln, bekommt aber keine Freigabe durch den Hamburger SV. Der lässt sich davon aber nicht beirren, der Niederländer, und lässt sich kurzerhand mit einem Trikot des FC Valencia ablichten, obwohl noch überhaupt nichts klar ist in den Vertragsgesprächen und der HSV, wie gesagt, ihn eigentlich überhaupt nicht ziehen lassen will. Zu guter Letzt, dann sagt er auch noch, er hat sich verletzt beim Sohn hochheben und kann deshalb nicht beim UEFA Cup Qualifikationsspiel in Budapest mitwirken. Hintergrund. Dadurch wäre er für internationale Spiele im Falle eines Wechsels beim FC Valencia dann gesperrt gewesen. Er bekommt am Ende, glaube ich, 40.000 Mark Strafe. Der Wechsel geht auch nicht über die Bühne. Fans und Mitspieler verzeihen Raphael van der Vaart dann aber trotzdem. Und ein Jahr später geht es für ihn dann immerhin zu Real Madrid. Also auch nicht so schlecht. Kein Transfervideo ohne eine gute Verwechslungsgeschichte. Verwechslungsgeschichte. In dem Fall die der Zwillingsbrüder Cebinac. Beziehungsweise die wurden eigentlich gar nicht verwechselt, sondern die haben sich selber eingewechselt. Und zwar beim Probetraining des 1. FC Köln. Sridzjan Cebinac ist nämlich dort eingeladen, hat aber seinen viel talentierteren Bruder Zwetschdan Cebinac dort angeblich hingeschickt. Naja, den Vertrag, den bekommt am Ende Sridzjan Cebinac. Allerdings mit eher weniger Erfolg in der Saison 65, 66 beim 1. FC Köln macht er drei Pflichtspiele. Danach wird er eben wieder vom Hof gejagt. Sein Bruder Zwetschdan übrigens, der wird 1968 dann Deutscher Meister mit dem 1. FC Nürnberg. Und absolviert insgesamt 92 Bundesligaspiele. Und mutmaßlich hat er seinem Zwillingsbruder einen Vertrag und drei Pflichtspiele in Diensten des 1. FC Köln ermöglicht. Das waren unsere Top 5 der Bundesliga-Transferpannen oder Transfergeschichten. Vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere Story auf Lager. Postet sie gerne mal in die Kommentare. Wir freuen uns wie gewohnt auf euch.